Was ist Frauenmanteltee? Frauenmantel, botanisch Eichemela, ist eine Heilpflanze, von dessen Wirkung schon Hildegard von Bingen begeistert war. Sie gilt als eines der wichtigsten Heilmittel insbesondere bei Frauenbeschwerden. Für wen eignet sich Frauenmanteltee? Frauenmanteltee eignet sich grundsätzlich für jedermann. Aufgrund der Zyklusregulierenden Wirkung wird er jedoch hauptsächlich von Frauen genutzt. Wie und wann wird Frauenmanteltee eingenommen? Frauenmanteltee kann in Form von Blättern, in Beuteln oder Dranges eingenommen werden. Die häufigste Zubereitungsart ist mit losen oder geschnittenen Blättern, die mit heißem Wasser übergossen werden. Wo kann ich Frauenmanteltee kaufen? Frauenmanteltee wird zumeist online und im Laden verkauft. Wie viel kostet Frauenmanteltee? Der Preis für Frauenmanteltee unterscheidet sich vor allem hinsichtlich seines Formats. Welche Alternativen gibt es zu Frauenmanteltee? Alternativen zu Frauenmanteltee sind andere Tees aus Heilpflanzen wie etwas Himbeerblättertee. Auch ihm werden besondere Fähigkeiten zur Abhilfe von Frauenbeschwerden nachgesagt. Was zeichnet losen Frauenmanteltee aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? Lose entfaltet Frauenmanteltee seine Wirkung am besten. Du kannst ihn getrocknet und geschnitten oder als ganze Pflanze kaufen. Was zeichnet Frauenmanteltee in Beuteln aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? In Teebeuteln gibt es Frauenmanteltee natürlich auch. Bei Frauenmanteltee in Teebeuteln hingegen hast du den Vorteil, dass du ihn sehr leicht dosieren kannst. Was zeichnet Frauenmanteltee in Drangies Kapseln aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? Auch in Drangies oder Kapsel kannst du Frauenmanteltee zu der nehmen. Hier gibt es jedoch nur einzelne Angebote. Welche Wechselwirkungen sind mit Erkrankungen und Frauenmanteltee zu erwarten? Bei Erkrankungen sind keine Wechselwirkungen bekannt. Im Gegenteil, Frauenmanteltee ist eine richtige Wunderwaffe gegen Durchfall, Magenprobleme, Hautprobleme oder auch um den weiblichen Zyklus in Einklang zu bringen. Welche Risiken hat die Verwendung von Frauenmanteltee? Aufgrund des natürlich hohen Gerbstoffanteils kann Frauenmanteltee bei Leuten, die das nicht gut vertragen, zu Magenschmerzen führen.